Kann ich auch an den Aktivitäten der Komitees teilnehmen? Natürlich. Geplant werden Veranstaltungen, Konferenzen, Konzerte, Theateraufführungen, Vertiefung der Geschichte der italienischen Gemeinschaft, Lesegruppen, Treffen zur Förderung der italienischen Sprache und Kultur. Und dann helfen Ihnen die Komitees mit Informationsschaltern, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie unterstützen die Schwächsten und diejenigen, die gerade in ein neues Land gekommen sind und informieren Sie durch Radiosendungen und Ihre sozialen Netzwerke. Es gibt sehr viele Aktivitäten, die von den Komitees organisiert werden. Und wenn Sie Ideen haben, bringen Sie sie mit und verwirklichen Sie gemeinsam mit anderen. Die Komitees sind also wie eine Gruppe neuer Freunde. Ja, bereit zu helfen und Zeit und Erfahrung mit dir zu teilen.